Ha, seltsam. Da hat wohl jemand den Berg umgedreht. Hör mal! Du musst auf dem Hinterteil landen! Das dämpft die Wucht des Aufpralls! Meinst du so? Nein, das andere Hinterteil! Kannst du nicht woanders dämlich sein? Nein, nicht vor vier. Au! Das hat wehgetan! Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen!